Hallo zusammen, mein Name ist Dampfmacher. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, worum geht es heute? Und zwar geht es hier nochmal um einen neuen Clearomizer. Der nennt sich GLO Clearomizer Modell 2012. Und auf den ersten Blick her sieht das jetzt hier nicht nach was Besonderem aus. Es ist auch nicht ganz ein Schnäppchen. Das Besondere ist jetzt, wenn man das Ding feuert, hier ist eine LED drin und dann leuchtet das eben schön. Schauen wir uns einfach mal das Gerät jetzt ein bisschen genauer an, wie man es befüllt. Und am Schluss gibt es noch einen Dampftest und ein Fazit zu diesem Gerät. Hier jetzt einfach mal im Detail den Clearomizer GLO Modell 2012. Die bezeichnen das als Cartomizer, aber es ist definitiv ein Clearomizer. Man sieht also hier keinerlei Watte hier im System drin. Und man sieht also hier ein seitliches Ansaugloch und hier innen drin ein Ego-Gewinde. Also man kann das hier nicht auf einen normalen 5.10er aufschrauben, sondern man braucht dann wirklich einen Ego-Akku oder einen Ego auf 5.10er Adapter. Gut, zum Tank hier. Diese Tankhülse ist vollkommen klar. Die geht von hier oben bis hier oben drüber, also über diese Rändlung. Diese Rändlung sorgt wohl dafür, dass man diese Hülle nicht abziehen kann. Also es bleibt einfach gespannt zu sehen, wie groß da die Haltbarkeit ist. Bei diesen klaren Kunststoffen, bei diesen harten Kunststoffen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die nicht so super gut geeignet sind für Menthol Liquids. Also wegen diesem Triathrazin. Das könnte also hier diese Tankhülse zerstören. Also vielleicht eine Empfehlung von mir, vielleicht keine Menthol Liquids hier hineinzufüllen. Gut zum Mundstück hier. Ein schönes flaches Mundstück hier. So ein bisschen so, ja, wie so Zigarettenspitzen-Look hier. Und zum Auffüllen kann man das hier einfach entnehmen. Und man sieht also hier in der Mitte das Befüllloch und hier außen das Luftansaugloch. Also wie gesagt, jetzt hier zum Befüllen von der Mitte. Und das ist eigentlich auch groß genug, dass man hier auch direkt mit einem Liquidfläschchen befüllen kann. Als ich den Clearomizer bekommen habe, war hier auch schon so eine Art Grundbefüllung drin. Also ich vermute mal, dass die den auch hier getestet haben. Was eigentlich sehr löblich ist. Also das hatte gar keinen Geschmack hier, was da drin war. Ich vermute mal, dass das hier irgendein neutrales Liquid war. Und zum Füllen am besten hier das Liquid in dem Fall bei mir jetzt hier auf eine Nadel aufziehen. Hier hineingeben und dann hier den Clearomizer befüllen. Nachdem jetzt der Clearomizer wieder befüllt ist, einfach hier das Mundstück in der Mitte aufstecken. Und damit ist das Gerät jetzt eigentlich einsatzbereit. Der GLO Clearomizer Modell 2012 hat einen Durchmesser hier unten von 14,5 Millimetern und eine Gesamtlänge von 156 Millimetern. Fassungsvermögen ist nicht besonders groß. Circa 1 Milliliter Liquid. Ich habe jetzt mal hier den GLO Clearomizer aufgeschraubt auf einen Twist-Akku, weil ich finde, dass er da eigentlich am besten mit aussieht. Der GLO jetzt, ich habe zwei Stück davon, der eine hatte 2,5 Ohm, der andere 2,7 Ohm, sodass man die hier auf einem Twist-Akku auch wirklich bis zu 4,8 Volt dampfen kann. Und eines der Highlights eigentlich von diesem Clearomizer ist, dass sich hier oben oder hier unten drin LED befindet, die dann beim Befeuern aufleuchtet und somit hier das Liquid, was da eingefüllt ist, eben zum Leuchten bringt. Also ein richtiger Hingucker. Ich mache das mal hier gerade eben, wenn ich hier Spannung draufgebe, dann leuchtet die jetzt hier blau. So, das Gerät ist jetzt gefüllt und hier auf einen Twist-Akku, der jetzt bei 3,6 Volt eingestellt ist. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den Dampftest. Wie bei jeder E-Zigarette oder bei jedem Dampfgerät kommt es eben darauf an, möglichst gleichmäßig und auch langsam dran zu ziehen. Ich mache das jetzt gerade mal. Und nochmal. Also eine ganz gute Dampfenwicklung, trotz des hohen Widerstands und das Ganze jetzt hier bei 3,6 Volt. Ich habe jetzt mal den Twist auf 4 Volt eingestellt. Also wirklich eine tadellose Dampfenwicklung, ein klarer Geschmack. Gut, eigentlich wie fast alle Clearomizer hier. Dieser Leuchteffekt ist auch irgendwie ganz witzig. So, dann kommen wir jetzt einfach mal zum Fazit. GLO-Clearomizer Modell 2012. Ich habe ihn ja bezogen von der Firma Estigara aus Rumänien. Da habe ich bezahlt 6,59 Euro. Da war er reduziert. Normalerweise kostet er 7,99 Euro. Gut, 6,50 Euro rund für einen Clearomizer ist jetzt nicht gerade wenig. Also ich finde eigentlich, der Hauptgag ist hier die LED und auch einfach diese Form hier. Obwohl er nur 0,9 oder 1 Milliliter Liquid fasst, finde ich, geht er relativ sparsam damit um, sodass man auch eine Weile dran hat. Er passt wirklich hier perfekt auf den Ego-Akku. Ich finde es gerade auf dem Twist sehr, sehr spannend, weil man da noch seinen idealen Arbeitspunkt eben optimal einstellen kann. Und er hat eben eine recht gute Dampfenwicklung. Zeige ich euch gerade nochmal. Vielleicht hört man es jetzt durch das Mikro. Also hier, die Luft wird ja hier an der Seite angesaugt durch zwei Öffnungen. Und ich finde, es hat schon so ein bisschen so ein Anzugsgeräusch oder Ansauggeräusch, also so einen leichten Pfeifton. Also mich stört es jetzt nicht, aber in einer ganz stillen Umgebung wird man es eben hören. Der Gag auf jeden Fall ist hier die LED. Also wenn ihr so ein Ding einfach mal in der Öffentlichkeit feuert, dann könnt ihr euch gewiss sein. Also da habt ihr auf jeden Fall alle Augen auf euch. Deswegen finde ich es mal so als Gag eigentlich ein ganz witziges Gerät. Schmeckt gut, funktioniert gut und wie gesagt, die Leuchtdiode ist ganz interessant. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Und denkt dran, wir sind die Guten. Ciao. Euer Dampfmacher. Ich sage mal vielen Dank.